Vielen Dank, Frau Kollegin Anders. Ich habe jetzt als nächste Wortmeldung die Frau Abgeordnete Alexandra Walter. Wo ist sie? Ist sie da? Da ist gut. Auf geht's. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Eine selbstbestimmte und würdevolle Geburt sollte das Ideal sein. Leider sieht die Realität in vielen Geburtskliniken anders aus, auch in Hessen. Verschiedene Reportagen über Gewalt unter der Geburt erzeugten eine große Resonanz. Es sind eben keine Einzelfälle. Geschätzt machen 50 Prozent aller Gebärenden Gewalterfahrungen im Kreißsaal. Frauen erleben physische und psychische Gewalt. Sie werden festgehalten, festgeschnallt, aufgerissen, aufgeschnitten, angeschrien, ausgelacht, beleidigt, beschimpft, bedroht und genötigt. Sie müssen auf dem Rücken liegen und dürfen sich nicht bewegen oder die Geburtsposition wechseln. Sie erhalten Medikamente und erleben schmerzhafte Untersuchungen ohne Aufklärung, ohne Einverständnis und meist ohne medizinische Notwendigkeit. Und nein, es sind nicht nur Männer, die Gebärenden Gewalt zufügen. Frauen sind in der Geburtshilfe in der Überzahl. Der Beruf des Entbindungspflegers ist noch immer eine Ausnahmeerscheinung. Die Gewalt geht also nicht nur von Ärzten, sondern auch von Ärztinnen, Hebammen und Krankenschwestern aus. Gebärende haben in dieser Situation keine Chance. Sie sind kaum verhandlungsfähig und vollkommen ausgeliefert. Betroffene bezeichnen ihre Erfahrungen im Kreißsaal als Vergewaltigung. Besser kann man den Machtmissbrauch durch medizinisches Personal nicht beschreiben. Dauerstress, verursacht durch strukturelle Schwächen, ist einer gesunden Geburt nicht zuträglich. Fehlende Raumkapazitäten, Kreißsaalschließungen, Personalmangel, Hebammenversorgung aufgrund der Haftungsproblematik. Die Geburtshilfe ist defizitär. Hinzu kommt der finanzielle Druck. Eine interventionsfreie Geburt lohnt sich für die Kliniken wirtschaftlich nicht. Das Gesundheitssystem setzt hier völlig falsche Anreize. Die Klinikreform von 2016 scheint die Kreißsäle vergessen zu haben. Der Skandal ist, dass sich die Gewalt im Kreißsaal nicht nur gegen die Frauen richtet. Bei einer Geburt sind immer Mutter und Kind gleichzeitig betroffen. Gewalt wird gegen die Schwächsten ausgeübt, gegen Neugeborene. Mütter werden traumatisiert nach Hause entlassen, ohne psychologische Betreuung. Still- und Bindungsprobleme sind die Folgen. Der Horror im Wochenbitt. Seit 2014 ist Gewalt in der Geburtshilfe ein Schwerpunktthema der WHO. Die Reaktionen aus der deutschen Politik sind bisher verhalten. Das Problem wird verkannt, wie Sie die Antwort auf die Petition zur Geburtshilfereform beim Deutschen Bundestag aus dem Jahre 2018 entnehmen können. Es ist nicht erwünscht, interventionsarme Geburten zu fördern, auch nicht in Hessen. Die Antworten in dieser Großen Anfrage sind ein Hohn für alle Frauen. Die Gewalt im Kreißsaal erfahren mussten oder in Zukunft erfahren werden. Daher ist es vollkommen unbrauchbar. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Walther. Das spricht jetzt die Frau Kollegin Christiane Böhm, Fraktion DIE LINKE. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Eine Geburt ist tatsächlich ein ganz besonderes Erlebnis. Sie verursacht starke Schmerzen, keine Kontrolle über den Körper, ein manches Mal langwieriger Prozess, bis das Kind das Licht der Welt erblickt. Es ist aber auch ein ganz besonderes Erlebnis, das Kind einem eigenständigen, von der Mutter nicht mehr ausschließlich abhängigen Leben zu übergehen und das Kind das erste Mal im Arm halten zu können. Der Start ins Leben ist für das Kind ebenso ein besonderes Erlebnis. Wie der Eintritt ins Leben aussieht, entscheidet über vieles, was danach kommt. Deshalb sollten wir, sollte diese Gesellschaft die Wertschätzung für das Leben daran festmachen, wie die Bedingungen der Geburt sind. Jetzt hätte ich gerne auch zu den Themen, zu denen meine Vorgängerin geredet hat, etwas gesagt. Es gibt diese Fälle, es gibt sie leider nicht zu selten, aber sie gibt sie lange nicht in diesem Ausmaß, wie die Vorrednerin gesprochen hat. Sie gibt sie auch nicht in dieser Dramatik, sie werden sicher auch oft dramatisch erlebt von den Frauen, aber es gibt sie nicht in dieser Menge. Das hat natürlich seine Gründe, warum solche Erlebnisse, traumatisierende Erlebnisse in der Geburt passieren und es gibt nicht umsonst eine Aktion, den Roses Revolution Day, wo einmal im Jahr Frauen eine Rose dort niederlegen, wo sie Gewalt in der Geburt erfahren haben. Es hat Gründe, warum solche Dinge passieren, warum Frauen ohne ihre Eingriffe vorgenommen werden, ohne dass ihre Einwilligung eingeholt wurde, dass sie auch Gewalt erfahren haben. Der Deutsche Hebammenverband sagt dazu, er sieht die Hauptursache für Gewalt in der Geburtshilfe in den Klinikstrukturen. Personalmangel, permanente Überforderungen und Stress sind heute feste Bestandteile des Arbeitsalltags in vielen Kliniken. Ob Ärztinnen und Ärzte, Pflegende und Hebammen in den Kreissälen, die alle leiden darunter. Das ist Originalton des Deutschen Hebammenverbandes. Ich denke, deutlich wird, dass auch die Hebammen selbst, die Ärztinnen und Ärzte, die Pflegenden, mit diesen Strukturen in den Kliniken nicht einverstanden sind und eine Änderung dieser Geburtspraxis wollen. Das wundert mich auch nicht, dass es notwendig ist, dass sich hier etwas ändert. In den letzten 25 Jahren wurden deutschlandweit fast 40 % der Geburtsstationen geschlossen. Wir wissen, dass es erforderlich ist, bereits bei der Feststellung der Schwangerschaft eine Hebamme zu suchen, die die Vorbereitung, Begleitung und Nachsorge übernimmt, weil sonst findet man keine mehr, sonst hat man keine Chance, von einer Hebamme tatsächlich begleitet zu werden. Es ist leider nicht so selten, dass Frauen keine Hebamme ihres Vertrauens finden, die sie in dieser Geburtsphase begleiten kann. Selbst diese frühzeitige Suche ist aber immer noch keine Garantie. Hebammen in Deutschland betreuen inzwischen dauerhaft mehr als doppelt so viele Gebärende wie Hebammen in anderen europäischen Ländern. Teils betreut eine Hebamme fünf oder mehr Gebärende gleichzeitig. Hier haben wir natürlich ein Problem, dass diese Sorge für die Gebärende und für das Kind nicht mehr in dem erforderlichen Maße möglich sind. Auch die Kaiserschnittsrate hat sich in den letzten 25 Jahren verdoppelt. Nein, das sind nicht nur die Wünsche der Frauen, sondern auch die Planbarkeit des Geburtsablaufs und die Steuerung des Personaleinsatzes. Wenn Sie sich mit Ärztinnen und Ärzten mit den Kliniken auseinandersetzen, wenn Sie genau die Einsatzplanungen studieren, werden Sie das sehen. Ich denke, das sind alles Gründe. Das sind Gründe, weshalb die Landesregierung hier wirklich tätig zu werden soll. Ein Aussitzen dieser Probleme oder sogar ein Negieren der Probleme ist überhaupt nicht verantwortungsvoll. Den Fokus auf diese aktuellen Themen habe ich bei dieser Betrachtung der Großen Anfrage zu den Kapiteln Römisch 8, 9 oder 10, eine physiologische Geburt fördern. Da wären Antworten auf die drängenden Fragen angebracht gewesen, Fragen, die von vielen gestellt werden, nicht nur von Hebammen, Gebärenden und ihren Angehörigen, Krankenhauspersonal. Nein, wir alle müssen sie uns stellen, wenn wir wollen, dass Kinder einen guten Start ins Leben bekommen. Eine traumatische Geburt für Eltern ist auch eine traumatische Geburt für Kinder. Wir kennen vielleicht alle Erwachsene, die ihr Leben lang daran zu knabbern haben, wenn sie ein schlimmes Geburterlebnis hatten. Was sagt die Landesregierung bereits in ihrer Vorbemerkung? In Hessen steht noch eine Zwischenbemerkung von mir erforderlich. Frau Dr. Sommer hat mich darauf hingewiesen. Frau Funken hat gesagt, die Große Anfrage wäre jetzt während der Zeit der Corona-Krise schnell auf den Weg gebracht worden. Sie wurde vor Corona starken Ausbrüchen veröffentlicht. Die Fragen wurden 2019 festgestellt. Damit hat sie also gar nichts zu tun. Ich denke, diesen Zusammenhang kann man tatsächlich überhaupt nicht herbeiführen. Die Landesregierung behauptet oder sagt in ihrer Antwort, dass es ein flächendeckendes System von Schwangerschaftsberatungsstellen Frauen, Ärztinnen und Ärzten, Hebammen, Geburtskliniken sowie frühen Hilfen zur Verfügung steht. Lassen Sie uns das einmal überprüfen. Flächendeckend sind einigermaßen die Schwangerschaftsberatungsstellen, auch wenn beispielsweise bei uns in Groß-Gerau die Stelle noch einen weiteren Landkreis abdecken muss. Das ist nicht sicher keine Ausnahme. Es hakt auch bei der Finanzierung der Schwangerschaftsberatungsstellen. Wir wissen, dass sie ihre Mitarbeiterinnen nicht so bezahlen können, damit sie auch hinterher in eine gute Rente gehen können. Auch gerade zu Corona-Zeiten hakt es. Hier fallen unheimlich viele Einnahmen aus dem Bereich weg, und sie haben große Probleme, ihre Aufgaben zu finanzieren. Jetzt gehen wir weiter. Hebammen. Sie kennen doch die Landkarte des Hessischen Hebammenverbandes. Sie wissen doch, wie viele Eltern erfolglos Hebammen gesucht haben, keine gefunden haben oder sehr lange unterwegs waren, ewig Hebammen angefragt haben. Jeder muss doch wissen, dass die Arbeitssituation von Hebammen äußerst prekär ist. Hier kann man nicht mehr von einer flächendeckenden und einer zufriedenstellenden Abdeckung und Versorgung reden. Geburtsstationen werden eine nach der anderen abgebaut. Unter 1.000 Geburten müssen sie aus dem Krankenhaus querfinanziert werden. Somit entscheiden sich ganz viele Kliniken, wo die Träger nicht gewählt oder auch nicht in der Lage sind, diese Defizite abzutragen und diese Geburtsstationen zu schließen. Die Landesregierung und namentlich auch der Sozialminister, auch der ist schon ein Vorgänger, sieht sich überhaupt nicht in der Verantwortung für eine flächendeckende Geburtshilfe. Sie verweisen nicht nur beim Abbau von Stationen und Angeboten auf die alleinige Verantwortung der Kliniken. Hier in dieser großen Antworten. Auch bei dem notwendigen Ausbau von Familienzimmern ist das alles nur Klinikangelegenheit. Aber nicht nur ich, sondern alle Eltern und Hebammen und alle an der Geburt Beteiligten erwarten von dieser Landesregierung, dass sie hier ihre Planungs- und Versorgungsaufgabe endlich ernst nimmt. Frühe Hilfen, ja, das ist eine sehr wichtige Sache. Allerdings kommen zum größten Teil die Finanzierungen aus dem Bundesprojekt. Sie sagen aber selbst, sie können bei allem Engagement nur punktuell Unterstützung leisten. Dabei wären sie genau gerade wichtig. Allen Eltern müsste Unterstützung angeboten werden, nicht nur denjenigen, von denen man weiß, dass sie bedürftig sind. Denn es funktioniert heute nicht mehr die intergenerationelle Weitergabe von Wissen um die Geburt, weil Menschen weit weg wohnen, weil sich die Geburten-Situation massiv verändert hat oder weil der Hebammenberuf nicht mehr die Bedeutung wie früher hat. Sie gestehen selbst ein, dass bei den Familienhebammen ein riesiger Mangel besteht. Aufgrund der unterschiedlichen regionalen Verteilung ist eine flächendeckige Begleitung der Familien in den wenigsten Kommunen sichergestellt. Dieses Angebot muss allerdings unbedingt aufrechterhalten und muss aufgebaut werden. Es ist dringend notwendig, um Kindern einen guten Start ins Leben zu ermöglichen. Es muss sich im gesamten Komplex der Geburt eine Menge ändern. Die Geburtshilfe kann nicht lukrativ sein, wie überhaupt das Gesundheitswesen nicht lukrativ sein kann. Das kann sich nicht rechnen. Kein Mensch weiß, wie viele Geburten wann in der Klinik passieren, außer es im Kaiserschildert ist. Die Personalausstattung ist allerdings weitgehend vorgeschrieben. Es ist also dringend erforderlich, dass diese Vorhaltekosten vonseiten der Krankenkassen finanziert werden. Dazu braucht es auch politische Unterstützung. Da kann man keine ökonomischen Anreize stellen. Qualität soll natürlich eine wichtige Rolle spielen. Dazu gehören auch Kenntnis und Wissen, aber auch die praktische Erfahrung aus dem Geburtsvorgang. Deshalb brauchen wir nachhaltige politische Maßnahmen, wie der Hebammenverband es auch fordert. Eine 1-zu-1-Betreuung ist der Schlüssel, um strukturbedingte Gewalt in der Geburtshilfe zu verhindern. Wir benötigen dringend die Auflösung der starren hierarchischen Strukturen in den Kliniken. Diesem können wir uns tatsächlich anschließen. Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen. Ja, das tue ich. Ich warte darauf, dass die Landesregierung alles dafür tut, Frauen und Kindern ein gutes Umfeld und eine gute Möglichkeit zu bieten und zu schaffen, dass sie ihre Kinder gut auf die Welt bringen können. Ich danke. Vielen Dank. Das Wort hat der Sozialminister, Staatsminister Klose. Herr Kai, bitte. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Schwangerschaft, Geburt und das Leben mit einem Neugeborenen sind ganz besondere Lebensphasen für junge Familien. Einige der Vorrednerinnen und Vorredner haben uns durchaus auch persönliche Einblicke zuteilwerden lassen. Dafür will ich mich ganz herzlich bedanken. Alle Eltern wünschen sich, dass ihr Kind wohlbehalten das Licht der Welt erblickt. Sie wollen alles dafür tun, damit gerade in den ersten Wochen ein gutes Aufwachsen möglich ist. Werdennde Eltern treffen in diesen Phasen wichtige und ganz grundlegende Entscheidungen für die Gesundheit ihres Kindes. Sie sind besonders darauf angewiesen, dass sie bei diesen Entscheidungen gut unterstützt werden und dass sie auf eine gute gesundheitliche Versorgung zurückgreifen können, zur Vorsorge in der Schwangerschaft, zum Ort der Geburt, aber auch, was die Wochenbettversorgung und die ersten Lebensjahre ihres Kindes angeht. Diese Landesregierung will alle Eltern, Familien, Mütter und Väter, völlig egal in welcher Lebenssituation sie sich befinden, in dieser Lebensphase mit genau solchen Angeboten unterstützen. Darüber hinaus müssen die Rahmenbedingungen für Familien stimmen. Auch hier setzen wir an, um die Familien in Hessen in allen Phasen des Familienlebens unterstützen zu können. Die Debatte über diese große Anfrage gibt uns Gelegenheit über die Vielzahl der Unterstützungsmaßnahmen, die es hier in Hessen für werdende Eltern genauso wie für Eltern mit einem Neugeborenen oder auch für gestandene Familien bereits gibt, zu sprechen. Ich will die Debatte aber auch zunächst nochmal einordnen. Wir haben über die Gesundheitsziele und den Zielprozess schon gesprochen. Seit 17 Jahren engagieren sich mehr als 140 Organisationen des deutschen Gesundheitswesens in diesem nationalen Gesundheitszielprozess. Das sind im Wesentlichen die Akteurinnen und Akteure der Selbstverwaltung, der Bund und die Länder. Die Gesundheitsziele sind Vereinbarungen innerhalb des Gesundheitssystems, die zwischen diesen verantwortlichen Akteuren abgeschlossen werden. Sie dienen dazu, die Gesundheitsversorgung in dem jeweils definierten Bereich zu verbessern. Das bisher letzte dieser nationalen Gesundheitsziele, Gesundheit rund um die Geburt, wurde 2016 von einer interdisziplinären Arbeitsgruppe von Expertinnen und Experten entwickelt. Wir sprechen genau über die Umsetzung der dort entstandenen Empfehlungen in unserem Bundesland hier und heute. Da möchte und muss sich einfach voranstellen, weil wir uns eben nicht im luftleeren Raum bewegen, dass wir genau wie die anderen Länder und der Bund über das System der Selbstverwaltung sprechen. Das heißt, die Umsetzung der Maßnahmen ist ganz wesentlich auch davon abhängig, dass die Akteurinnen und Akteure des Gesundheitswesens zusammenarbeiten. Sie sind voneinander abhängig und keiner und keine kann sich an dieser Stelle zurücklehnen. Gerade das Themenfeld Schwangerschaft, Geburt und Leben als junge Familie berührt eben sehr viele unterschiedliche Bereiche und Verantwortlichkeiten unseres Gesundheitssystems. Das zeigt sich exemplarisch daran, dass bei den Maßnahmen und Empfehlungen dieses Gesundheitsziels die institutionellen Akteurinnen und Akteure, genauso wie die relevanten Berufsgruppen, ja explizit benannt sind. Die Vielfalt dieser beteiligten Institutionen zeigt schon, wie wichtig die Zusammenarbeit gerade in diesem Themenfeld ist. Das Spektrum erstreckt sich vom Bundesministerium über Forschungseinrichtungen, Krankenkassen, Geburtskliniken, Selbsthilfegruppen, den öffentlichen Gesundheitsdienst bis hin zu Berufs- und Fachverbänden. Genau diese Zusammenarbeit leben wir in Hessen. Wir leben sie beispielsweise beim ersten und zweiten Themenfeld des Ziels, Schwangerschaft und Geburt. Im letzten Jahr, mehrfach jetzt erwähnt, hat sich in Hessen, manche mögen sagen endlich, der Runde Tisch, Zukunftsprogramm, HEIBAM und Geburtshilfe konstituiert. Genau in diesem Gremium findet die eben beschriebene Zusammenarbeit statt. Da kommen all die Akteurinnen und Akteure dieses Themenfelds zusammen, um gemeinsam an möglichst guten Lösungen zu arbeiten. Natürlich sind die Interessenlagen durchaus unterschiedlich. Aber das Entscheidende ist, es findet ein kontinuierlicher Austausch statt, und genau dafür ist ein runder Tisch da. Ein Beispiel dafür, wie das konkret passiert, ist der Umgang mit dem Gutachten zur Hebammenversorgung. Dieses Gutachten wurde im Jahr 2018 beauftragt, um mehr über die Versorgungslager mit Hebammen- und Geburtshilfe in Hessen zu erfahren. Das Ergebnis dieses Gutachtens, das sich etwas verzögert hat – auch darüber haben wir hier schon gesprochen – wird zunächst, wenn man so ein Gremium ernst nimmt, dem Runden Tisch, Zukunftsprogramm, Geburts- und Hebammenhilfe vorgelegt, damit er die Handlungsempfehlungen bewerten kann. Das ist jetzt die Sitzung des Runden Tisches, die für das Frühjahr vorgesehen war. aufgrund von Corona verschoben werden musste. Das ist nun wahrlich in niemandem Hand gewesen. Es betraf die Akteurinnen und Akteure, die eben auch zu weiten Teilen aus dem Gesundheitswesen kommen. Es betraf aber beispielsweise so banale Dinge wie Räume zu organisieren, die groß genug sind, so viele Menschen fassen zu können. Das mag Ihnen banal erscheinen, aber es gehört eben an der Stelle auch zur Wahrheit. Meine Damen und Herren, die Umsetzung dieses nationalen Gesundheitsziels Gesundheit rund um die Geburt umfasst auch die Zeit nach der Geburt, die ersten Tage und Monate im Leben eines Neugeborenen. Diese Phase ist ebenso neu, spannend und ereignisreich, wie Schwangerschaft und Geburt es sind. Auch hier steht die Landesregierung jungen Familien aktiv zur Seite. Wir flankieren die jährlichen Fördermittel der Bundesstiftung Frühe Hilfen mit eigenen Landesmitteln in Höhe von 1,8 Millionen €. Wir verbessern so ganz konkret die Versorgung werdender und junger Eltern mit Kindern von 0 bis 3 Jahren. Die entstandene Kooperation, die durch die frühen Hilfen befördert wurde zwischen Kinder- und Jugendhilfe und dem Gesundheitswesen, die hilft gerade Eltern, die sich in einer schwierigen Situation befinden. Werden der Eltern und Familien erhalten aber auch durch das breite Netz der Familienzentren, der Mütterzentren und der Mehrgenerationenhäuser in Hessen wichtige Unterstützung, sowohl in ihrem Familienalltag als auch bei der Vorbereitung auf die Geburt. Das sind genau diese Einrichtungen, die eine breite Palette von Angeboten, Beratung und wohnortnahe Unterstützung bieten. Sie tragen dazu bei, Familien zu stärken und ihre Selbsthilfepotenziale zu entfalten. Prävention und Gesundheitsförderung sind gerade während der Schwangerschaft und der frühen Kindheit von großer Bedeutung. Dass ein gesunder Lebensstil in der frühen Kindheit längst ein Schlüsselfaktor ist, um vielen verhaltensbedingten Erkrankungen vorzubeugen, beispielsweise auch Adipositas, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Typ-2-Diabetes, wissen wir seit langem. Da hat Hessen als einziges Bundesland bereits 2008 die Teilnahme an den Kindervorsorgeuntersuchungen U1 bis U9 verpflichtend eingeführt. Auch diese Untersuchungen tragen dazu bei, dass frühzeitig auffällige Entwicklungsverzögerungen erkannt und entsprechend behandelt werden können. Auch hier leisten wir einen entscheidenden Beitrag für ein gesundes Aufwachsen aller hessischen Kinder. Auch die Suchtprävention spielt in der Schwangerschaft und rund um die Geburt eine wichtige Rolle. Auch das haben verschiedene Vorrednerinnen schon angesprochen. Alkoholkonsum während der Schwangerschaft hat nun einmal ganz erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheit eines ungeborenen Kindes. Obwohl diese Schädigungen vermeidbar sind, werden in Deutschland nach Setzung des Bundesgesundheitsministeriums weiterhin jedes Jahr mehr als 10.000 Kinder mit fetalen Alkoholschäden geboren. Deshalb ist es mir persönlich wichtig, die notwendige Ausklärungs- und Tensionsarbeit zu unterstützen und voranzutreiben, beispielsweise durch die Übernahme der Schirmherrschaft des Projekts Happy Baby No Alcohol. Darüber hinaus informieren auch die Einrichtungen der hessischen Suchthilfe landesweit über die Risiken von Alkoholkonsum in der Schwangerschaft. Wenn Sie das Ganze zusammensehen, damit will ich auch zum Schluss kommen, dann sehen Sie, dass die Qualität der Geburtshilfe in Hessen und die Begleitung und Unterstützung der Familien vor, während und nach der Geburt dieser Landesregierung ein wichtiges Anliegen ist, dem wir uns auch künftig aktiv widmen werden. Vielen Dank. Herr Minister, vielen Dank. – Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit ist diese Große Anfrage.